Ja, und das ist noch längst nicht alles. Darüber hinaus hatte er sich mit dem Flusspiraten verbunden, sie angestiftet für ihn zu rauben, um jenes Geheimherr auszurüsten. Ja. Interessant, was ihr dem alten Brauwin da berichtet. Nur habt ihr damit auch sein Todesurteil ausgesprochen. Leider. Tja, und wenn wir ihn erledigt haben, werdet ihr dem Baron vorgeführt. Auf Spione ist er nämlich gar nicht gut zu sprechen. Vor allem, wenn er erfährt, dass ihr einen seiner Diener auf dem Gewissen habt. Wir haben gerade eben ein ganzes Herz erinnern. Ich bin Pfalzgraf Ardo vom Eberstamm und ich bestehe sogar darauf, dass ihr uns eine Audienz beim Baron verschafft. Sowie freies Geleit für diesen Diener hier. Auf der Stelle. Wir nehmen nur von einem Mann Befehle entgegen. Und das seid gewiss nicht ihr. Und unseren Befehlen zufolge sind Mitwisser zu beseitigen und Spione sofort seiner Hochgeborenen vorzuführen. Ähm, wenn ihr ehrloses Gesindel meint, wir sehen zu, wie ihr diesen unbeschotten Dinos ihm bringt, irrt ihr euch gewaltig. Mitwisser, Spion, wo ist da der Unterschied? Denkt mal darüber nach. Wie recht ihr doch habt. Der Baron wird nicht minder zufrieden sein, wenn wir euch alle als Mitwisser zu bohren schicken. Ihr wollt? Was? Das ist... Mir ist sowieso... Okay, wir haben da zwei Wachen, die nix können. Äh, Frau Krim schnappt immer die andere Wache. Ardo, hau ordentlich drauf. Äh, Astralenergiekosten. Das ist immer so ein schönes, äh, Glücksspiel. Feieres. So, Meisterschütze. Der erste ist schon mal weg. Der zweite ist auch gleich weg. Ah, verzeih mich. Das war wohl doch alles etwas viel für mich. Hab Dank für meine Rettung. Sie... Sie wollten uns wirklich im Namen des Barons töten. Ja. Beruhigt euch, die Gefahr ist vorüber. Äh, versehrst du jedenfalls. Ich schätze, ja, vorerst, dass mich so etwas in Unmacht treibt. Ich werde langsam alt. Und ihr seid ebenfalls mit unserem Herrn vom Eberstamm befreundet? Ja, so im Etwa. Mein Name... Ja, mein Name ist Buenoyer. Ich helfe Ardo bei der Suche nach einer gewissen Woche. Ihr habt sie nicht zufällig hier im Schloss gesehen? Ja, die ist hier. Deswegen veranstaltet der Baron ja dieses kleine Fest. Es soll allein dem Zweck dienen, sich das erste Mal in der Öffentlichkeit mit ihr zu zeigen. Er ist geradezu besessen von mir. Robin, kannst du uns sagen, wo sie steckt? Wir müssen sie unbedingt sprechen. Es ist wirklich von größter Wichtigkeit. Ich bedauere. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie untergebracht ist. Ich weiß nur, dass sie zusammen mit dem Baron auf dem heutigen Bankett erscheinen soll. Mal haben wir jetzt das Paket. Ich habe da eine Idee. Robin, bitte führe uns zu dieser Feier. Ja. Du weißt doch, wie ich unnötige Floskeln hasse. Nach dir, Robin. Deswegen ist mir Ardo so sympathisch. Hochgeboren, aber er spielt lieber im Dreck. Äh, Wachenplündern. Verbände sind nämlich immer gut. Kurz Quicksave machen. Besiegen die Schlosswachen und Freie gebrauchen. Ja, es gibt scheinbar noch weitere Gebiete hier. Also hier im Weinkeller. Wir hätten wahrscheinlich auch um die Ecke laufen können. Aber ich denke mal, im Weinkeller gibt es sonst nichts mehr Interessantes, außer Wein. Jo. Obacht, da kommt jemand. Offensichtlich haben wir Ihre Kampfkraft unterschätzt. Ich konnte mich gerade so zurückziehen. Ach du neine Scheiße. Girlings Verbündete werden einsehen, dass ihre primitiven Versuche, unseren Plänen auf die Spur zu kommen, letztlich gescheitert sind. Sollten wieder auf einen guten Weg die Gäste einbringen, weiß ich nicht. Natürlich, Meister. Die. Steht dieser Bursche etwa auch auf der Gästeliste? Nicht direkt. Das war der Ehrenwärter Regismund von Kackenstein. Er residiert seit geraumer Zeit als Gast des Barons hier im Schloss. Samt Gefolge, versteht sich. Festlichkeiten bleibt er in der Regel fern. Das wundert mich. Seit mein Freund Jakon durch ihn aus dem Leben gerissen wurde, sinne ich über diesen kalten Stein nach. Er schien nur Verachtung für uns zu empfinden. Wenn ihm Ehre einmal wichtig war, dann ist es lange her. Ja, es tut mir leid, das sagen zu müssen, brauchen wir ihn doch. Ich denke, Phaerys hat recht mit dem, was sie sagt. Dieser Mann ist nicht nur in die Pläne des Barons eingeweiht, er unterstützt diesen sogar dabei. Von dem Attentat auf mich ganz zu schweigen. Auch dies geht auf diesen kalten Stein zurück. So werde ich meinem Angreifer bald Auge in Auge gegenüberstehen. Dann soll seine Ehre schon geprüft werden. Magister von Kackenstein ist auch Teil des Komplotts? Diese Angelegenheit gewinnt immer mehr an Schrecken. In was bin ich da nur hineingeraten? Was Schlimmes. In Bestrebungen dieses Unheils noch abzuwenden. In ein riesengroßes Schlammassel. Das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Die Bestrebungen dieses Unheils abzuwenden. Nicht mehr und weniger. Führt euch das nicht mit Stolz? Du nicht verzagen, jetzt alles wird gut werden. Vor ich auf dem Bankett erkannt werde, trete ich lieber gleich als Ardo vom Eberstein mit Gefolge auf. Ausnahmsweise mit Hochwohl geboren und... Kannst du das, Brauwin? Also er hat ihm was ins Ohr geflüstert. Ja, wie euer Hoch... Ähm, wie ihr wünscht. Ich eile voran, um die Stellung des Herolds zu beziehen. Der Banketzer befindet sich gleich gegenüber linker Hand. Pryos segnet die Herrschaften mit dem Mut der Gerechten. Einen Augenblick noch. Du weißt nicht zufällig, wer alles auf der Gästeliste steht? Nicht aus dem Bauch heraus. Ich kann euch aber zwei Gäste benennen, die schon da sind. Die Edelfrau Mina von Berg und seine Spektabilität, das Rakorium Montagonus. Also, ich sehe euch im Banketzer. Leute, die ich gar nicht kenne. Geben wir den Guten auf in einen Moment. Das ist womöglich unsere beste Gelegenheit, an Mora zu kommen. Solange wir als Gäste unter Gästen auftreten, können die Halunken uns gar nichts. Na, schön. Das heißt, wir müssen so lange dort aushauen, bis Dajin beim Palenketter staucht. Und was ist mit diesem kalten Stein? Der dürfte halt etwas weniger Skrupel als der Baron haben, uns gewaltsam von der Feier zu entfernen. Genau. Das ist eine Gefahr, das gebe ich zu. Aber Brauwin hat selbst gesagt, dass der Mann kein Freund von Festivitäten zu sein scheint. Und dank uns wird er mit seinen Vasallen noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen haben. Genau. Na, schön. Das heißt, wir müssen so lange dort aushauen, bis Dajin bei seinem Bankett aufkommen. Ja und nein. Wenn es uns gelingt, unter den Gästen für Unmut zu sorgen, wird Baron Dajin gezwungen sein, die Laune der Gäste mit seinem früheren Auftritt zu bessern. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen. Diese Edelfrau vom Berg, die Brauwin erwähnte, ist eine furchtbare Klatschbase. Sie lässt sich kaum ein Fest entgehen. Von ihr bekommen wir mehr als genug Stoff in die Stimmung. der Gäste zu trüben. Okay. Als keine Folge müsst ihr euch natürlich benehmen. Das Adelsvolk auf dem Bankett hat sicher keinen Schimmer von dem, was hier vor sich geht. Und so soll es auch bleiben. Aber vor allem keine Keilerei. Das geht wohl für Vorkrem. Das ist deine Welt, Adu. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich auch. Los, lass es uns wagen, meine Freunde. Ja, gut. Sicher, dass wir dem Kerl nicht folgen sollen, Adu. Dieser Magier hätte dich immerhin fast umgebracht. Nein, erst mal möchte ich diese Mora sprechen. Um diesen Kaltenstein kümmern wir uns später. Also, ja, Kaltenstein ging ja jetzt wohl da entlang. Da ist er ja langgegangen. Handwerkskiste Fass. Wir können da rum in den Bankettzahn gehen. Wir können auch hier rum ein bisschen rumschleichen. Aber hier ist verschlossen. Was steht denn dahinter? Ein Labor. Also ein Alchemisten-Ding. Da ist er wahrscheinlich hergekommen, der Kaltenstein. Gut, hier geht's rein. Wohlgeborene Herrschaft. Eure Spektabilität. Geehrte Damen und Herren. Ich kündige an, seine hochwohlgeborene Herrn Arvo vom Eberstamm. Pfalzgraf zu Kaiserlich Ochsenblut. Hüter der Reichsinsignien auf Burg Rudesschild. Ehrwürdiges Mitglied des Gareta-Zedern-Kabinetts. Nachfahr des Heiligen Badua. Und in seinem Gefolge die ehrenhaften Recken vom Rauschen-Geheimbund. Äh, ja. Kennen wir den nicht? Hey du. Seid mir gegrüßt. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Es tut mir leid, euch als Matrose bezeichnet zu haben. Ich wollte euch auf keinen Fall in Verlegenheit. Auch wir wollten euch nicht in Verlegenheit bringen, Vogt von Fardock. Vergessen wir die Sache einfach. Eure Haltung überrascht mich zum Positiven. Bisher hatte ich vom Haus Eberstamm nur das Vorurteil behaftete Bild meiner Familie vor. Äh, ich möchte euch nicht weiter behelligen. Mit dem zu reden ist immer so eine so eine Sache. Gucken wir uns mal um, wem wir hier alles haben. Einen Bediensteten, ein ausgeschlachtetes Schwein. Miener vom Berg, das ist die da. Und da hinten war ja noch eine, gell? Eine reizende junge Dame. Die scheint aber nicht rothaarig zu sein. Nein, die ist blond. Da ist noch eine junge Dame, aber die sehen alle ein bisschen zu einfach aus. Und der sieht aus wie ein Hintler. Kennen wir den? Scheik, seid al-Farud-Ben-Harr zu euren Diensten. Pfalzgraf von Eberstadt. Seid gegrüßt, Scheich. Was führt euch hierher, in Zeiten, da euer Land von den Söldlingen allanfassend Atem gehalten wird? Hm. Ich bin im Auftrage meines Freundes und Gebieters des Bays von Perchaba auf Reisen. Auf Brautschau, um genau zu sein. Er trägt einen ganz speziellen Wunsch für die Bereicherung seines Haarens. Der hat wahrscheinlich 100 Stück, die sind dem aber immer noch nicht genug. Ich grüße euch, Scheich. Viel Freude noch auf der Feier, werter Scheich. Erst einmal. Der redet also hier mit den jungen Damen. Junker Edelbrecht. Also es gibt hier einen Haufen Kerle, die mit Frauen reden. Erz. Ach, unser Freund. Was macht der eigentlich hier? Der ist die einzige Katastrophe. Und ja, er spielt auch in Drackensang 1. Da sieht aber ein bisschen mehr aus wie ein Gandal-Verschnitt, um es zu sagen. Und es ist eine noch größere Katastrophe. Kann ich mich nicht einfach hier auf den Thron setzen? Da ist diese Mina vom Berg. Ist das nicht die, die Qua nun mal um 300 Dukaten bestohlen hat? Könnte es sein. Und das muss dann die Frau sein, hinter der dieser Scheich hier ist. Ja gut, ich glaube, diese Festlichkeiten, wir bedienen uns zuerst einmal am Schwein. So, diese Festlichkeiten stürze ich mich erst beim nächsten Mal. Auch wenn es jetzt etwas verfrüht ist, aber ich mache hier jetzt dann erst einmal einen Cut. Und dann sehen wir weiter, wie wir hier weiterkommen. bis dann. Bis dann.